ich bin ja mal gespannt wie diese folge wird nach dem letzten jahr doch katastrophe waren so ich würde mal sagen wir gehen einfach mal irgendwo rein ich fange einfach mal hier oben an ich wollte eigentlich gerade springen fürs protokoll ja ich wollte gerade springen ich habe schon wieder fenster ich habe irgendwie gerade mit dem fenster scheiße erfahrung gemacht was aber ich habe etwas aufgeregt was ich nicht aufwecken hätten wollen oder wo er denn? oh nein dieser Endgegner-Bargier da a Oh, verfolgen die mich? Kann ich auch irgendwo mal aufwärts verfolgen? Wir sind einfach nur noch mehr. Fall jetzt hier rein oder? Natürlich nicht, ich fahre natürlich nicht rein. Was? Geht mich halt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, da kann man auch wieder auf. Das ist aber sehr schön. Die Frage ist... Aha, hier geht es noch weiter. Hä? Ich war gerade gefragt, warum er hier nicht trifft, Alter. Was ist denn hier los? Oh, das ist aber lieb. Und was genau? Tut ich jetzt hier drauf? Ich sehe schon mal eine Rüstung. Das gefällt mir. Hier war ich bereits drauf. Mehr gibt es hier nicht. Weil da umgeht es noch irgendwo hin. Warum kommt es noch irgendwie hin? Gibt es den Müsenteleporter? Ja. Na gut, dann... Lassen wir es erst mal so. Hier ist... Da geht es erst mal nicht rein. Von da kamen wir. Wer ist das hier? Ah, ein Herr Fahrstuhl. Was? So. Kommt ich jetzt hier runter? Kann ich jetzt einfach hier warten oder abschießen? Oder... Äh... Noch mal eine extra Wahnsinn. Ich gehe einfach mal hoch. Wo bin ich hier? Duppen geht ja nicht. Man kann sich einfach durchlaufen. Aber man kann sich nicht duppen. Dann wird man gefragt, wo wir hin müssen. Immer noch. Genau, von da kamen wir. Ah, wow. Okay. Also alle hellen Bereiche immer anklicken. Da war hell. Hier war hell. Immer alle hellen Bereiche anklicken. Das muss, dass man relativ gut erkannt hat. Okay, geht nicht vor. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Das ist ja auch runter. Hilfst du? Ähm... Schnell... Ah, hier ist der Schalter. Und jetzt noch? 2, 3. Oh mein Gott. Ah! Oh. Ich liebe lange Treppen. Wofür dir? Achso. Ich bin gerade im Kreis geflogen. Ähm... Wow. Wird das immer wieder eine schöne, interessante Map hier? Oh, oh. Mach's hier genau. Aber... Ja, ist am zu dumm. So, da sind zwei Schalter. Eine Fallen? Nein. Da ist eine Kerze. Da ist auch eine Kerze. Und da ist auch eine Kerze. Der Romier ist ein bisschen geknickt. Kann das sein? Ha! Aber keine Secrets. Was? Hä? Der hat aufgefahren. Oh. Oh, wenn ich packe noch. Kann ich das ja auch wieder sagen. Ja, das war dann auch mal. Das war dann. Das war dann. Oke, da. Hatür. 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 Ah Ah Danke Oh Nein Ich werde immer runterspringen Ach, der ist ein Schalter Da ist ein Schalter Aber ich komme noch nicht ran Ah, das ging fett später hoch und dann kann ich darüber laufen Ah, okay, das macht sie Das heißt, ich bin hier noch falsch Und muss jetzt mal gucken, wie ich das Ding da hoch bekomme Äh, hier war ich noch nicht, die Zeit Aua Ah Ist das gut hier? Oh mein Gott Ah Ah, hier ist ein Schalter Kriege ich den von hier auf gedrückt? Ah ne Ich kriege trotzdem Schaden Das ist ja Bullshit Das passiert Äh, da ist auch wieder ein Schalter 4% Leben, da würde ich verarschen Und jetzt? Hat sich jetzt nicht mehr was getan? Oder nicht so wirklich? Hier ist noch nichts hochgegangen? Nein Nein Bitte gehen die weg Bitte gehen die weg Jetzt war nichts passiert Nein Oh, Alter Ja Ja Digga, was ist jetzt hier los? Hier ist nichts Achso, das ist eine Tür Ah, soll ich bis dahin Okay, das heißt, äh Mal vom Anfang Wo immer der ist Wo immer der ist Da Da Und dann da Nein Oh 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 Was denn? Hä? Das ist ja Ich weiß nicht, was gerade wo ich habe hier Ich habe hier Oh, was denn Ich habe hier Ich habe hier noch Ein bisschen Aber ich bin mir nicht rein Hallo Kannst du nicht Oh, er weckt jetzt hier Ach, das ist ja Nö. 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 Lass mich ein bisschen aufräumen. Ja. Feierabend. Was? Was? Oh. Prepare to die. Klingt nicht gut. You dare plunder the... Oh. Das. Oh. 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 Ist jetzt. Was cute? Oh z điềuandra. 3. Ein bisschenищ lớn. czyn. 1. St uncann Congress. 3 in 4. 1. Der hat aber 8 taxi direkt in 3ущ suffix. sondern auch 1. Daher ist es Canton própria. aber da hat sich immer noch nichts getan leck mich halt hier ist noch was ich nicht reingelang hier 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 Der Mann ist weg. Ich bin ein Mannen Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein da ist auch noch einer ah ne die sind die sind wahrscheinlich wieder gespawnt kommen wir jetzt hoch was zur Hölle muss ich jetzt machen hier ist nichts mehr gut der geht schon mal zum Hauptraum hat sich jetzt mittlerweile ein Fass getan jetzt schau ich schon wieder nach Ich muss irgendwie fast gehen, was ich da reinkomme. Macht halt absolut keinen Sinn. Wir sind schon wieder los. Das gibt's doch gar nicht. Aber alles was ich drücken kann, habe ich bereits gedrückt. Hier geht's wieder raus, genau. Hier haben wir nichts weiter drin gefunden. Keine Ahnung, ob es hier noch was gibt's. Nein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der könnte nur hier noch sein. Das macht halt hart keinen Sinn. Wow. Echt, echt, echt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber wir müssen die Normalfa durchёзige ohne Schaden zu bekommen. Natürlich nicht. kann ich hier auf? achso das macht keinen sinn Ich muss doch irgendwas geben, damit ich das Ding hier angroten bekomme. Nein. Das ist doch... Nein, nein, nein. Ach Leute! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. 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 Hey, 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 hey. 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 Okay, in a chance. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Back, back, back. Oh, gut. Ich hoffe, mal nächste Woche, ob wir was rausfinden. Das ist eine Katastrophe.